Es ist ganz schön, dass wir alle auferstanden sind. Oh, geht's noch? Ja, Auferstehung. Ja, Andrea kommt auch gleich noch. Ja, wo auch immer ihr seid im Raum und Zeit, als Orga-Team und als Bruder können wir natürlich euch nichts anderes anbieten als eine Feier von diesem Augenblick in seiner Auferstehung, in unserer Auferstehung. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, was uns wirklich froh macht, dass es tatsächlich in diesem Moment liegt, oder? Also, dass wir nicht auf irgendwas warten brauchen, bis irgendwas in der Zeit besser wird, sondern du einfach finden kannst, ey, meine Sehnsucht wird jetzt befriedigt, hier mit meinen Brüdern einfach einen Moment des Lichts zu verbringen und mit Jesus. Mit Jesus im Licht haben wir diese Ostern genannt. Und ja, vielleicht haben wir ein paar tausend Jahre darauf gewartet, aber jetzt ist vielleicht die Bereitwürdigkeit groß genug zu sagen, okay, ich bin dabei. Ja, und wir können dieses Glück erfahren, wonach wir immer gesucht haben, indem wir unsere Funktionen erfüllen. Wir haben heute die Tageslektion... die Gleiche, glaube ich, ne? Ich weiß nicht mehr wortgemäß, aber sinngemäß. Könnt ihr uns hören? Da muss es hochgefressieren. Ja, es war ein bisschen, ja, aber geht. Die Lösung ist die einzige Funktion, die ich hier habe, genau. Ja, und jedes Mal, wenn wir damit Erfahrung machen, dann, oder Erfahrung, das ist tatsächlich das, was mich glücklich macht, haben wir auch Lust, weiterzugehen, oder? Ich bete mal. Also wir brauchen die Praxis da drin, egal wo wir sind und egal, womit wir beschäftigt sind, das ist meine Funktion. Ja, Vergebung, Erlösung, Glück, Funktion ist damit alles dasselbe. Damit wären wir schon auf uns selbst zurückgeworfen, ne? Also ich bin das und ich führe das aus, wenn ich mich an ihn erinnere, ne? Ich bin das Glück, nach dem ich gesucht habe. Unfassbar, ne, wie schnell das geht. Im Grunde ist es nur, dass der Zweifel aus dem Weg geräumt wird, dass es sich tatsächlich so verhält. Nicht nur, dass du okay bist da drin, sondern, ja, wir haben darauf gewartet, uns selbst dieser Schönheit bekommen zu heißen, ne? Du bist wunderschön. Das ist wunderschön, egal was du glaubst, was gerade los ist in deinem Kopf oder in deinem Leben. Das ist wunderschön und perfekt. Alles dient dir. Ja. Stimmt doch, oder? Das stimmt. Das stimmt. Und wieso sollte das anders sein eigentlich? Wieso sollte das anders sein? Woran merken wir, dass das anders ist? Wenn wir das Einzige, was ja ein Zeichen für etwas anderes sein könnte, ist Treu und an dem hängen wir ja gerne mal fest. Und das ist irgendwie, dass würde das alles, was im Kurs steht und angeboten wird, nicht stimmen. ist überhaupt jemand da? Beruhig dir. Ja. Hallo. Oder Doro, sag doch auch mal was. Ja, ich finde das gerade so spannend, weil irgendwie so scheinbar so viel Kopf steht gerade, was ja gut ist, weil so von dem, was wir denken, was auf den Beinen steht in der Welt, das ist ja irgendwie echt total verkehrt, total verdreht. Und ich weiß nicht, ich nehme gerade immer wieder wahr, dass es so eine Orientierungslosigkeit da drin gibt, in, oh Gott, wo bin ich denn gerade und was hat denn das hier zu bedeuten und warum fühle ich mich jetzt gerade so und so oder warum juckt es hier und warum fühle ich mich gerade so und das ist alles so, das ist alles so unwichtig. Aber es ist wie so, es braucht echt die Bereitschaft, so genau aus dieser Identifikation rauszugehen. Und das ist echt so der springende Punkt, bin ich wirklich bereit? Bin ich echt bereit oder stehe ich mir immer noch im Weg damit, dass ich denke, dass ich dieser Körper bin, dass ich denke, dass ich diese Identifikation hier bin, dass ich mich mit dem identifiziere, was ich hier irgendwie als Dorothea bin, als mit meiner Geschichte, mit meinem, mit meinen Erfahrungen, mit meinem Denken oder gehe ich da echt, mache einen Schritt zurück und lass den Heiligen Geist durch mich wirken. Und dann wird es so einfach, aber es ist so, solange ich irgendwie da noch so einen Widerstand habe, dann denke ich mir so, äh, was ist denn hier los, warum geht denn das nicht, warum komme ich denn hier nicht klar, verstehe nichts. Und ich hatte gerade nochmal so den Satz, ich entscheide mich, bedingungslos glücklich zu sein, weil Gott nur mein Glück will. Bist du bereit, bedingungslos glücklich zu sein, dich dafür zu entscheiden, was unser Geburtsrecht ist, als Sohn Gottes, und das ist ja das Wiederwachen, das ist ja meine Auferstehung. Und es nicht immer an diverse Dinge zu knüpfen, weil jetzt jemand mich anlächelt, weil jemand ein nettes Wort zu mir sagt, sondern weil es mein Geburtsrecht ist. Weil es das Einzige ist, was, was Gott für uns will. Und nichts anderes. Ja, und wenn wir irgendwie so weit gegangen sind in uns, oder ich nenne es jetzt mal vorangeschritten sind in unserem Lernen, dass wir wissen haben, okay, ich will mich daran erinnern, ich will mich von Ihnen glücklich machen lassen, dann habe ich den Faden verloren. Das muss ich einen festen Standpunkt entdecken. Fester Standpunkt für klare Gedanken. Genau, und ich wollte nämlich eigentlich auf diesen Satz eingehen in der Frage 28 im Handbuch für Lehrer, wo er sagt, solange irgendein Geist von bösen Träumen besessen bleibt, ist der Gedanke der Hölle wirklich. Also irgendein Geist, irgendein Bruder. Und wenn ich dann so in der Erfahrung hier unterwegs bin, dann ist das einfach mein Job, meinen Job zu machen, meine Funktion zu erfüllen, mich glücklich machen zu lassen und mich und alle daran zu erinnern, woher wir kommen. Und dass die Auferstehung wirklich bedeutet, jeder erwacht, jeder Geist erwacht auf bösen Träumen. Alle gewinnen. Und das ist dann wirklich für diesen einen Moment von Zeit ein Geistetraining, weil Glück, Licht und Freude in mir weilen, in dir weilen. Und es ist eigentlich nur der Zweifel, der was anderes zeigt. Der Zweifel, der zeigt, es könnte nicht so sein. Und einfach zu lernen, dass der Zweifel eigentlich, der Zweifel keine Aussagenkraft hat. Also wenn ich an mir Zweifel, wenn ich Zweifel, bin ich eigentlich glücklich oder bin ich nicht glücklich? Oder eigentlich bin ich ja nicht glücklich. Dann ist es einfach nur ein Gedanke, der nicht stimmt, den ich geglaubt habe. Und heute hat mir jemand auf meinen YouTube-Short geantwortet, na, bist du denn glücklich? Und er hat gesagt, ah, genau die Frage stelle ich mir auch immer. Und wenn Glück und Friede und Freude und Licht und so weiter in mir weilen, dann muss es so sein, dass ich glücklich bin. Weil ich mich selber gar nicht, ich kann nicht wirklich zum Glück kommen. Ich kann nicht wirklich glücklich werden, sondern ich kann eigentlich nur akzeptieren, dass die Stimme, die sagt, dass es nicht so ist, nicht die Stimme der Wahrheit ist. Und da muss ich für mich einen festen Standpunkt beziehen und jeder für sich ganz konkret, um zu sehen, ich glaube dem, was mir gesagt wird, anstatt dem, was ich mir selber beigebracht habe. Und dann kannst du ruhig hoch und runter gehen. Du kannst ruhig hoch und runter gehen in der Transformation, im Erwachen, im Zweifel, im Nichtzweifel, aber du findest einen festen Boden unter den Füßen. Um sich wieder im Augenblick zu finden. Mit deinem Opferstand. Oder Judith, was meinst du dazu? Und Ann. Und Ann, genau. Ann ist da jetzt unser jüngstes Organ. Ah, und Andrea ist da. Hello, hello. Andrea. Andrea soll sein. Ja, Judith, willst du? Du kannst auch zuerst. Mir ist gerade, als ihr gesprochen habt, auch noch eingefallen, dass ich jetzt kürzlich was aus dem Kapitel 5 gelesen habe. Und da habe ich gerade noch mal geblättert. Womit ich gerade gerne übe, ist tatsächlich, wenn ich feststelle, dass ich nicht glücklich bin, mich erst mal dafür nicht zu verurteilen, dass ich da offensichtlich diesen Widerstand habe. Und dann aber, ja, ganz bewusst diese neue Entscheidung zu treffen. Also dieses Kapitel heißt auch, das ist Kapitel 5 und davon das Unterkapitel 7, die Entscheidung für Gott. und da ist am Ende auch so eine ganz wunderbare Gebrauchsanweisung, wie ich finde, die ist sehr praktisch. Und da würde ich einfach jetzt gerade mal ein paar Sätze draus lesen. Also wenn ich eben erkenne, dass ich nicht gänzlich froh bin, dann ist es so, dass ich das entschieden haben muss. Also ich sage dann, ich bitte, sage so aufrichtig du kannst und denke daran, dass der Heilige Geist meine geringste Einladung voll annehmen wird. Ich muss mich falsch entschieden haben, weil ich nicht in Frieden bin oder weil ich nicht gänzlich glücklich bin. Ist ja das Gleiche. Und dann, ich habe die Entscheidung selbst getroffen, kann mich aber auch anders entscheiden. Ich will mich anders entscheiden, weil ich in Frieden sein will. Und dann, das finde ich besonders hilfreich, weil ich mich ganz oft dann auch selbst schuldig fühle, dass ich es nicht richtig gemacht habe oder dass ich es nicht hinkriege. Dann kommt, ich fühle mich nicht schuldig, weil der Heilige Geist alle Folgen meiner Fehlentscheidung aufheben wird, wenn ich ihn nur lasse. Ich beschließe ihn, das tun zu lassen, indem ich ihm gestatte, für mich die Entscheidung für Gott zu treffen. Also ich finde, das ist ein ganz wunderbares Bekenntnis, also für diese Einladung an den Heiligen Geist. Und daran habe ich jetzt die Ostertage eben auch öfter gedacht im Zusammenhang mit der Auferstehung und der Kreuzigung, die ja beide eine große Symbolik haben. Und da einfach auch ganz ehrlich hinzuschauen, wo und wie ich mich selber halt ständig kreuzige. Aber dass das eben dann auch meine Entscheidung ist und mich dafür aber nicht fertig zu machen, sondern einfach die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich habe mich aktiv dafür entschieden, aber ich kann mich dann auch anders entscheiden. Und dann wirklich den Heiligen Geist einladen, ganz bewusst zu. Und ihn mich berichtigen zu lassen. Also das fiel mir jetzt gerade bei euch noch dazu ein. Ja, ich finde das auch so mit dieser hundertprozentigen Verantwortung, das erstmal für sich wirklich zu akzeptieren, dass ich die hundertprozentige Verantwortung habe. Nicht 99,999, sondern 100 Prozent. Ich kann kein noch so kleines Prozent abgeben an irgendjemanden, an den ich das vielleicht gerne täte. Die Verantwortung für mein Glück, für mein Glücklichsein. Ja, und Verantwortung dann auch gut zu finden. Ja, genau. Also ich habe ganz oft auch, dass ich Verantwortung dann doch mit so einem Schuldgefühl gleichsetze. Aber das ist es ja nicht. Also das ist ja überhaupt, das hat ja nichts mit Schuld zu tun. Aber das ist bei mir auch so ein bisschen so verdrahtet. Genau, zu wissen, dass diese Verantwortung, das ist total cool, dass ich 100 Prozent habe. Genau. Kein verantwortlich machen kann, muss, soll, darf. Für mein Glück. Also bei mir ist oft auch dieses, gerade jetzt, mir eigentlich überhaupt erstmal zu erlauben, glücklich zu sein, wenn drumherum irgendwelche Herausforderungen sind. Darf ich glücklich sein, wenn es irgendjemandem schlecht geht? Das, ja. Und wir dürfen glücklich sein. Und alle anderen glücklich machen. Darf ich dazu was sagen? Das stimmt. Nein, wegen dem Glück, ich bin ja nicht für mich, also ich bin ja nicht für mich allein glücklich, ohne Bedingungen. Das geht ja gar nicht. Also ich, Christel, ich für mich allein, habe immer dann irgendeine Bedingung dabei, warum ich glücklich bin. Das ist mir jetzt wieder so klar geworden, während ihr gesprochen habt. Und wir sind ja nur, ich bin ja nur in der Verbindung, in der Kommunion mit euch glücklich. In der Verbindung mit Christus. Wie kann ich denn sonst glücklich sein, wenn ich abgespalten bin von meinem Bruder, dem es gerade nicht gut geht. Und ich habe gemerkt, wenn ich an etwas denke, was mir momentan schlimm vorkommt, bin ich sofort getrennt. Oder will ich sofort getrennt sein von diesem Unglück von jemand anderem. Und dann will ich dem Gefühl aber nicht glauben, sondern sage, heile du das in mir. Und dann ist das Glück oder die Freude oder diese Verbindung wieder da. Oder ich bin auf irgendwas eifersüchtig oder neidig. Das geht ja rasend schnell durch diese Augen, durch diese Körperaugen. Und ich habe heute den ganzen Tag geübt. Ja, aber Erlösung ist die einzige Funktion, die ich hier habe. Sonst habe ich keine Funktion. Ich brauche mir es nicht zurechtlegen. Ja, brauchst du jetzt ja nicht eifersüchtig sein. Oder ich sei nicht wegen einer so einer Kleinigkeit. Habe nicht so einen Groll wegen einer so einer Kleinigkeit. Sondern die einzige Funktion, die ich jetzt habe, ist Erlösung. Das heißt, ist Vergebung. Und dann ist wieder die Öffnung da und der große Raum da und dieses Sich-Umdrehen, so wie es geheißen hat, dass die Maria, wie sie Jesus im Grab gesucht hat, und er war nicht da und sie hat sich den Toten Jesus zurückgewünscht. Den Toten Jesus wünsche ich mir nicht zurück. Sondern sie hat sich umgedreht und hat ihn gar nicht erkannt. Sie hat gemeint, das ist der Gärtner. Und so erkenne ich oft überhaupt nicht im Bruder mein Glück, sondern ich wünsche mir irgendwas. Ich wünsche mir irgendwas, was in meinem Kopf Glück genannt wird. Und wenn ich mich dann umdrehe und sage, hey, die Lösung ist meine einzige Funktion hier, dann wird es wieder weit und dann erkenne ich den Auferstandenen wieder da in jeder, im Blitz ist Schnelle. und wieder da in meinem Bruder. Dankeschön. Ja, danke. Ja, wie schön, wie schön, wie schön. Ich würde gerade ganz kurz was vorlesen. Vielleicht, Gerd, ich sehe das. Das habt ihr wahrscheinlich schon gelesen, aber ich möchte es gerade gerne vorlesen. Da geht es ja auch um Deine Auferstehung ist dein Wiedererwachen. Habt ihr das schon gelesen, den Abschnitt? Gerade vorhin? Okay. Das ist auf Seite 93, klein 7. Ich lese aber auch nur einen kleinen Abschnitt. Deine Auferstehung ist dein Wiedererwachen. Ich bin das Vorbild, sagt Jesus hier, für die Wiedergeburt. Aber die Wiedergeburt selbst ist nur das Heraufdämmern dessen in deinem Geist, was bereits in ihm liegt. Gott hat es selbst in ihn hineingelegt und somit ist es ewig wahr. Ich habe an es geglaubt, sagt er, und es deshalb für mich als wahr genommen. Er hat daran geglaubt und es deshalb als wahr angenommen. Hilf mir es, unsere Brüder im Namen von Gottes Reich zu lehren. Glaube aber zuerst daran, dass es für dich wahr ist, sonst lehrst du verkehrt. Das ist doch Flash, oder? Ich lese den Satz nochmal. Hilf mir es, unsere Brüder im Namen von Gottes Reich zu lehren. Glaube aber zuerst daran, dass es für dich wahr ist, sonst lehrst du verkehrt. Meine Brüder schliefen, während ich angeblich auf dem Ölberg mit dem Tode rang. Aber ich konnte ihnen nicht zürnen, weil ich wusste, dass ich gar nicht verlassen werden konnte. Und was für ein Geschenk oder dass wir das erst für uns annehmen, um es weitergeben zu können. Ich muss mich von der Heilung, von der gegenwärtigen Heilung berühren lassen, von Jesus im Heiligen Geist, um das zu geben, was ich bereit bin, dann zu empfangen. Und du kommst gleich, Gerd. Ich mache ganz kurz nur, ich bin gerade in München und ich war heute Nacht das erste Mal in so einer, ich weiß nicht, manche kennen das vielleicht, wenn man in so einer Messe ist, wo irgendwie alles dunkel ist, katholisch, mit Kerzen nur und irgendwann im Zwölf oder so ist so Auferstehung. Wumms, kennt ihr das? Hat das schon mal jemand erfahren? Okay, ich bin auf jeden Fall gerade in München, ich habe sowas noch nie mitgemacht. Und ich war heute Morgen auch nach meiner Kirche, irgendwann später, auch in so einer Messe mit Gesang. Und es war so, und Jesus hat mir so nochmal für mich gezeigt, es gibt da so einen vorgeschriebenen Ritus, das ist wie so ein Drehbuch, das kann man mitlesen. Also was jeder macht da vorne so von den Priestern, Pastoren, ich weiß nicht, wie die heißen. Und jeder hat da so seine Aufgabe und es ist ein Drehbuch, was die Leute halt haben. Und Jesus hat mich so tief nochmal dahin geführt, auch für mich in meinem Üben, in meinem Lernen, in meinem Lehren, wie schnell wir dabei sind, etwas zu wiederholen, mit dem wir mal erfolgreich waren. Und wirklich diese Gegenwärtigkeit, dieses Wiedererwachen, diese Auferstehung, was in jedem Augenblick vollständig neu ist, ich bin vollständig neu in Gott. Alles ist mir neu gegeben, tiefer erinnert und allen anderen auch. Und das ist ja das, was wir geschehen lassen, wenn wir uns hingeben, wenn wir uns Gott wieder hingeben, dann wollen wir nichts mehr wiederholen, mit nichts mehr Recht haben. Und wirklich alles frei, frei sein zu lassen. Und das hat mich total berührt in diesem ganzen Licht und in diesen ganzen Lichterkerzen, Meeren. Und sowieso, weil einfach viele Leute, wenn viele Leute so im Namen von Jesus zusammenkommen, dann ist er einfach da, egal wie eng die Form ist. Und ich fand das total berührend. Und konnte auch im Zeitgleich Martin Luther verstehen, warum er das so als zu eng empfunden hat, wahrgenommen hat und wirklich so diese Freiheit, die wir im Geist sind. Und ich bin echt nochmal dankbar, dass Jesus den Kurs reingegeben hat, wo er ja auch über die Apostel schreibt und wo er ja auch schreibt das oder sagt, dass wie jetzt da, dass er sich nicht allein gelassen gefühlt hat, sondern dass er immer wusste, dass Gott da ist und dass er wirklich, das sagt er ja auch im Kurs, hey, du musst, das ist ja auf den ganzen Seiten da, dass wir, wenn wir ihm nachfolgen, das sagt er ja, die Kreuzigung ist nichts weiter als ein extremes Beispiel. Ihr Wert, wie auch der Wert jeder Lehreinrichtung, liegt einzig in der Art des Lernens, das sie erleichtert. Man kann sie missverstehen und hat es getan. Und das rührt daher, dass die Angsterfüllten dazu neigen, angstvoll wahrzunehmen und er wollte einfach aufzeigen, hey, es geschieht nichts. Und er sagt ja auch, hey, wenn du mir jetzt nachfolgst, es geht nicht mehr zur Kreuzigung. Das war einfach mein, 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 mein Plan hier. Das war mein, mein Teil, den ich geben wollte, den ich gegeben habe, damit wir einfach sicher sind in dem, wow, es passiert mir nichts. Ich glaube, Jesus Christus, wenn er mir das in meinem Geist erklärt, es geschieht nichts. Und da mich immer wieder hinführen zu lassen, immer tiefer in diese Auferstehung, in diese Wiedergeburt, die augenblicklich ist, jetzt. Echt, was für, was für, und wo wir so hingeführt werden, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals in diesem Leben in so einer katholischen Veranstaltung bin, des Nachts. Und zu merken, okay, wow, ich weiß, warum ich da sonst nicht bin. Und es war auch nicht die Aufgabe, da nochmal hinzugehen, nur wirklich den Christus in allem zu schauen, egal, was einer meiner Brüder da macht, das nicht zu be- und verurteilen, sondern wirklich wahrzunehmen, hey, wow, wir glauben wirklich, alle Recht zu haben mit der Idee, wie wir gerade wahrnehmen. Sei es katholisch, evangelisch, Kurs, Buddhismus. Und wir geben hier in der Welt dem Ganzen die Bedeutung, die es für uns hat. Und das einfach im Geist zu öffnen und zu sagen, wow, ich will mich von deiner Liebe berühren lassen. Da sagt er ja, es geht hier um die Meisterschaft der Liebe. Ja, ich bin, ich finde es flash, ich finde flash, ich finde es so ein Geschenk, dass wir alle so geführt sind und dass es immer mein Geisteszustand ist, den ich da draußen sehe. Immer. Und das anzuerkennen und in mir erlöst sein zu lassen, in ein gegenwärtiges, wow, danke, 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 dass wir alle ewig der Christus sind und wir uns nur gerade hier in Zeitraum diesen Augenblick so lange wiederholen, bis wir sagen, okay, ich höre, ach, die Trennung hat gar nicht stattgefunden, ach, ich höre jetzt gar nicht auf zu lachen. Ich liebe euch. Danke. Danke, 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 danke für uns alle. Danke, dass wir üben, oder? Danke, dass wir alle so sicher sind, dass wir den Weg schon gegangen sind. Halleluja. Ja, du wolltest was sagen. Jo. Ich habe noch, mir ist noch so ein Eimer, so in den letzten zwei Tagen, da hatte ich oder eine Erinnerung, dass ich bei meinem Vergeben oder bei der Lösung beide Seiten erlöst haben möchte. Und zwar den Gegensatz, gut, böse, den ich zu glauben denke, meine, ob was richtig oder solches. Wir haben ja beide, also es ist ja hier eine duale Welt, diese lebt halt eben von diesem Gegensatz. Also ich nenne Schmerzlust oder Lustschmerz, diese Widersprüche, kriegt man immer gemeinsam. Wenn ich jetzt nur den Schmerz auflösen möchte, dann, und sagen wir mal, die Lust, so wie ich sie kenne, noch behalten möchte, dann ist es bei mir immer zu so Verwirrungen gekommen. Ja, die Lust habe ich jetzt, will ich jetzt also nicht mehr behalten, sondern ich gebe sie mit ab. Und das ist mir jetzt eigentlich noch eingefallen. Noch was anderes, also ich hatte einen Unfall vor Dezember und der war, also dieser Unfall, das war eine Verbrennung an der Hand, und die vier Finger waren da ohne Haut noch. Und da hatte ich eben so ein Erlebnis, wo man sagt, also hat mit Schmerz zu tun, hat mit, ja, sieht schlimm aus von draußen. Und diese Erfahrung, diese Erfahrung zu machen, dass es keinen Schmerz gibt, obwohl eben schlimmste Verbrennungen da sind, war eine sehr persönliche Erfahrung für mich, die mich einfach, die für mich war. Die, wenn man, also, die hat bei mir ein Ängste aufgehoben. Hat praktisch mir geholfen, zu verstehen oder etwas zu erfahren. Dass dies nach außen hin natürlich auch eine Wirkung hat, ist klar. Aber in dem Moment war die Wirkung nach außen, ja, wie soll ich sagen, integriert. Der Arzt, der mich behandelt hat, hat hier eine Rolle gespielt. Meine Tochter, die mich ins Krankenhaus gefahren hat, hat eine Rolle gespielt. Aber wenn ich es eben von dieser Warte her sehe, von dieser Seite her betrachte, dass ich jetzt nicht sage, ich bin jemand, der übers Wasser laufen kann oder sich ans Kreuznagel lassen kann und dann drei Tage später aufzustehen und mir auf die Brust zu klopfen, ja. Das ist, ja, das könnte man rein interpretieren. Aber es ist wie eine Interpretation eben, die vergeben werden könnte. Von demjenigen, der sich's denkt. Ja, also, das war's eigentlich schon. Danke. Judith, möchtest du noch? Was mir vorhin, wo du gesagt hast, mit der Meisterschaft der Liebe eingefallen ist, was ich heute so im Geist hatte, war dieses, ich will jeden als meinen liebsten Freund erkennen. Das fand ich gerade so schön. Gerade auch jetzt im Hinblick auf alle, wo ich wusste, heute Abend sind wir sozusagen alle zusammen. Ich will jeden als meinen liebsten Freund erkennen. Und auch diese Dankbarkeit, die auch die letzten Tage, Wochen, Monate eigentlich schon ist, wo ich immer, was echt bei mir so diese total tiefe Berührtheit manchmal sowas von auslöst, dass ich da nur noch heulen kann. Wenn ich mich so in Dankbarkeit vertiefe, krieg ich gleich Gänsehaut. Und das ist einfach so schön, ja, also diese Dankbarkeit für Jesus, für Gott, für den Heiligen Geist, für den Kurs und für alle, ja, für alle, die hier sind, für alle, die nicht hier sind. Das ist echt so unglaublich gerade, das so zu spüren und das zuzulassen. Und auch zu Hause hier die Liebe von meiner Tochter gerade. Und ja, einfach nur danke. Ja, wie schön. Soll ich mal noch ein bisschen Auferstehungsquer lesen? Oder will noch einer was sagen? Auferstehungsquer lesen. Auferstehungsquer lesen. Sagt keiner was? Ja, mach doch mal. Okay. Auferstehungsquer lesen. Die Auferstehung hat gezeigt, dass nichts die Wahrheit zerstören kann. Die Auferstehung hat gezeigt, dass nichts widerstehen kann. Ich habe auch klar gemacht, dass die Auferstehung, die durch die Vereinigung meines Willens mit dem meines Vaters vollbracht wurde, das Mittel für die Rückkehr zur Erkenntnis war. Die Reise zum Kreuz sollte die letzte nutzlose Reise sein. Halte dich nicht damit auf, sondern lass sie als vollbracht hinter dir. Wenn du sie als deine letzte nutzlose Reise annehmen kannst, dann steht es dir auch frei, dich meiner Auferstehung anzuschließen. Solange du das nicht tust, ist dein Leben in der Tat verschwendet. Es inszeniert bloß aufs Neue die Trennung, den Verlust der Macht, die vergeblichen Wiedergutmachungsversuche des Ego und schließlich die Kreuzigung des Körpers bzw. den Tod. Solche Wiederholungen sind endlos, bis sie aus freien Stücken aufgegeben werden. Begehe nicht den mitleiderregenden Fehler, dich an das alte, raue Kreuz zu klammern. Die einzige Botschaft der Kreuzigung ist die, dass du das Kreuz überwinden kannst. Bis dahin steht es dir frei, dich so oft zu kreuzigen, wie du willst. Das ist nicht das Evangelium, das ich dir anbieten wollte. Wir haben eine andere Reise zu unternehmen. Und wenn du diese Lektionen sorgfältig liest, werden sie dir helfen, dich auf sie vorzubereiten. Wow, wir machen eine andere Reise. Das ist doch super, oder? Die Kreuzigung lässt sich nicht miteinander teilen, weil sie das Symbol der Projektion ist. Die Auferstehung aber ist das Symbol des Miteinander teilens, weil das Wiedererwachen jedes Sohnes Gottes notwendig ist, damit die Sohnschaft ihre Ganzheit erkennen kann. Die Kreuzigung lässt sich nicht miteinander teilen, weil sie das Symbol der Projektion ist. Die Auferstehung aber ist das Symbol des Miteinander teilens, weil das Wiedererwachen jedes Sohnes Gottes notwendig ist, damit die Sohnschaft ihre Ganzheit erkennen kann. Nur das ist Erkenntnis. Die Botschaft der Kreuzigung ist vollkommen klar. Lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Wow. Was für ein Geschenk, oder? Dass wir den Irrtum berichtigen lassen, findet ihr nicht? Ich habe fertig gelesen, wenn jemand was möchte. Lehre nur Liebe. Wollt ihr euch anstellen, Maika Thorsten? Achso, nee. Ja, wir haben uns schon angestellt. Wir sind schon voll dabei. Woll in Christus. Und ich möchte mich sehr, sehr bedanken für euch alle, dass wir das immer wieder teilen. Und dass ihr von der Aleph immer den Raum dafür gebt, dass wir uns hier so treffen können und so erkennen können. Dass wir immer wieder gemeinsam nach Hause gehen. Ja, das ist einfach wunderbar. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du das immer wieder hörst mit mir gemeinsam. Ja, und dass wir lernen, unseren Willen einfach anders zu gebrauchen. Nicht auf den Fehler zu schauen, sondern auf die Liebe. auf den Teil in uns, der so groß ist und so voller Liebe. Sodass der ewige Fluss der Liebe sich durch uns hindurch bewegt und wir endlich begreifen, wie unser Vater uns gemeint hat. Das erfahre ich immer mehr. Dass ich meinen Willen benutze, um mit ihm zu sein. Dass ich es erlaube und ihm wahrhaft folge. Das macht mich sehr glücklich. Halleluja. Und Tevavanes aufgetaucht und reingesprungen. Hi. Yes, yes, yes. I have a moment. Alles Liebe aus unserem Restaurant. Und wie immer ist es genau richtig, dass genau jetzt niemand da ist und niemand reingekommen ist. Da habe ich ein paar Minuten für unser Danke, Michael. Danke, ihr Lieben. Wow. Ja. Ein ganz, ganz glückliches Osterfest. Wir stehen ja auf vom Toten, nicht wahr? Und das natürlich jeden Moment. In dem Sinne feiern wir Ostern jeden Moment und jeden Tag. und das für mich halt auch ganz wichtig ist, ist die Erinnerung, wie Jesus es uns auch durch den Kurs demonstriert, durch diese ganz einfache Erkenntnis, dass Illusion Illusion ist und nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Und in dem Sinne, ja, wir wirklich alles alles machen können, aber eben mit diesem Gewahrsein, dass wir hier wirklich alles als das erkennen wollen, was es wirklich ist. Und wenn Illusion Illusion ist, dann bleibt natürlich auch nur übrig, dass die Wahrheit einzig wahr ist und das, was die Wahrheit ist, nichts mit irgendeiner wahrnehmbaren, illusionären Wahrnehmung oder Wirklichkeit zu tun haben kann. Und das ist für mich auch der auferstandene Geist, wenn ich ganz klar sehe, okay, ich bin total aktiv, wie immer die Bilder sich zeigen in meinem Traum, aber ich verliere nicht die Erkenntnis, dass es nichts mit der Wahrheit zu tun hat, dass es nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, dass es nichts mit Gott zu tun hat, außer der schöpfliche Gedanke, den ich verwende in jedem Ausdruck. Das ist es dann eigentlich schon. Da kann ich auch das wirklich genießen und mich daran erfreuen und der Ausdehnung alles geben, hat er auch heute, Leute kommen jetzt gerade Okay, da war er weg. Ich hatte auch so einen ganz tollen Kontakt heute mit jedem Einzelnen hier. So kann ich wirklich nur sagen, dass ich hier bin mehr oder weniger am Ende der Zeit und mir selber alles gebe und in dem Sinne bereit bin, alles mitzunehmen, weil es ja in meinem Geist ist und mich selbst reflektiert. So, das ist es schon. Ich liebe euch alle und danke fürs vorbeischauen und dein Licht zu scheinen, dein Licht zu teilen. In dem Sinne erinnern wir uns als ein Selbst und ein Geist. Er ist auferstanden, er ist in der Tat auferstanden und wir sind auferstanden, wir sind mit ihm auferstanden. Danke, auf noch einen wunderbaren haben. Danke, Debermann. Danke. Danke, Debermann. Ich würde noch gerne was von der 28, was ist die Auferstehung, lesen. Die Auferstehung ist eine Veränderung des Denkens über die Bedeutung der Welt. Und im Kapitel oder im Absatz 2 dann, die Auferstehung ist die Leugnung des Todes, da sie die Bejahung des Lebens ist. Damit wird alles Denken der Welt völlig umgekehrt. Genau andersrum, als was uns die Konditionierung lehrt, ist die Welt des Heiligen Geistes. Das Leben wird jetzt als Erlösung begriffen. Und Schmerz werden als Hölle wahrgenommen. Die Liebe wird nicht länger gefürchtet, sondern froh willkommen geheißen. Götzen sind verschwunden und die Erinnerung an Gott leuchtet ungehindert durch die Welt. Das Antlitz Christi wird in jedem Lebewesen gesehen und nichts wird in der Finsternis gehalten, getrennt vom Lichte der Vergebung. Es gibt kein Kummer mehr auf Erden. Des Himmels Freude ist über sie gekommen. Hier endet der Lehrplan. Von hier an werden keine Anweisungen mehr gebraucht. Die Schau ist gänzlich berichtigt und alle Fehler sind aufgehoben. Angriff Angriff bedeutungslos und der Friede ist gekommen. Das Ziel des Lehrplans ist erreicht. Die Gedanken wenden sich dem Himmel zu und von der Hölle ab. Alle Sehnsüchte sind befriedigt, denn was bleibt unbeantwortet oder unvollständig? Die letzte Illusion breitet sich aus über die Welt, wobei sie allem vergibt und allen Angriff ersetzt. Die ganze Umkehrung ist vollbracht. Nichts bleibt übrig, um dem Wort Gottes zu widersprechen. Es gibt keinen Widerstand der Wahrheit gegenüber und jetzt kann die Wahrheit endlich kommen. Wie rasch wird sie kommen, wenn sie gebeten wird, einzukehren und eine solche Welt zu empfangen? Es geht noch sehr schön weiter. Das ist echt total schön. Einfach den Geist umkehren zu lassen. Auferstehung ist die Veränderung des Denkens, die Umkehrung des Geistes. Wunder sind deine Berichtigung des Geistes. Der Frieden ist gekommen. Angriff ist bedeutungslos. Jetzt gibt es keine Unterscheidung mehr. Unterschiede sind verschwunden und die Liebe schaut auf sich selbst. Ja, das ist was ganz Lebendiges und jeder von uns hat daran teil. Nicht unglaublich? Jeder von uns ist ganz direkt angesprochen hier. Und ist Teil davon. Und hat auch schon Ja gesagt, sonst wären wir ja nicht hier. Was du vorgeteilt hast, Christe, diese Freude ist nur möglich, weil der Bruder nicht da draußen ist. Da draußen ist nicht der Bruder, den ich finden kann. draußen bin ich immer nur auf der Suche, aber wenn die Auferstehung irgendwas zeigt, dann es war auch nichts zu finden draußen, weil es auch war. Aber der Bruder, mit dem ich auferstanden bin, mit dem bin ich ein. Und an den kann ich mich immer wenden oder das kann ich immer im Auge behalten. und einlassen die ich ausbringen wollte, um in der Welt was zu finden, die ich brauche. Weil du schon da bist, weil du schon eins bist. Und das hat in dem Sinne gar nichts mit uns persönlich zu tun. Wir haben das ja gar nicht gemacht. Wir haben uns ja nicht eins gemacht. Das ist eins erschaffen. jeder von uns hat natürlich einen individuellen Beitrag zu dem Ganzen. Das sieht für uns ganz individuell aus. die Wunder, die wir wirken. Nehmen ganz individuelle Formen. Aber das, was wir dabei wählen, ist das Prinzip dabei ist, die Liebe. Das Ziel ist immer dasselbe. Es liegt immer im gegenwärtigen Augenblick. Unsere Funktion ist nicht die Einheit. Unsere Funktion ist nur das, das nicht mehr zu beachten, was wir der Einheit in den Weg gestellt haben. Falle ist nicht das. Das ist das große Geschenk der Auferstehung für mich im Moment. Das Verfindnis nie real war. Danke, danke, danke. Danke, danke. Frohes Anfall. Wir möchten euch gerne noch was mitteilen. In Kommunikation mit dem Heiligen Geist wurde uns nahegelegt, dass Thorsten und ich am Samstag jetzt immer 14 Uhr einen Zoom anbieten und zwar mit dem Titel Kurs Café als Arbeitstitel und es wird Raum geben für Auskauf, Begegnung und Heilung. Das würden wir euch gerne sagen und euch einladen. Wir schicken es dann nochmal rum. Danke, 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 Segen für uns alle. Und ich mag so gerne das, was Andrea gesagt hat, weil ich hatte das gestern Abend auch schon vorgelesen, diese Textstelle, weil ich die auch so wunderbar finde. Leere Liebe, weil du nur Liebe bist. ich mag ja heute die Session irgendwie gerne damit schließen, weil es einfach echt das Einzige ist, das Einzige ist, worum es geht, woran wir uns wieder erinnern, uns daran wieder zu erinnern, dass wir nur Liebe sind, dass da einfach nichts anderes ist. So sehr wir irgendwie hier Dinge kreieren und denken, dass wir sie sehen und lauter Zeug drumherum wickeln, um es ja nicht zu sehen. Aber dass wir das Geschenk heute auspacken können, all diese Folien und Vorhänge und keine Ahnung, was wir alles davor gestellt haben. Echt uns zu entscheiden, dass wir nur Liebe lehren wollen. Und das ist unsere Auferstehung. Und darin sind wir erlöst. das ist unsere Heilung. Das ist der Segen für die Welt, den wir gekommen sind, zu erinnern, auszudehnen. Ja, ich und so ein riesiges Danke, dass wir uns hier gemeinsam erinnern, dass wir gemeinsam nach Hause gehen, dass wir uns gemeinsam erinnern, dass wir nur Liebe sind. Ja, mag noch jemand was? Yay. Ich werde noch mal einen coolen Abrock kommen. Ja, mache ich gerne. Yay, lasst uns feiern, dass wir nur Liebe sind, genau. Danke, 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 danke. Ja.